Gelbe Flagge, Start, BMW 134, das deutsche Derby, 2400 Meter, gucken Sie von links nach rechts, applaudieren Sie, wir kommentieren das, ich versuche das jetzt mal auf die Reihe zu kriegen, Next Gina ist da, an der Innenseite Palm Ridge, dann ist Glethunter mit innen galoppierend, mit innen galoppierend New South Wales, Palm Ridge geht nach vorne von Next Gina, an der Innenseite New South Wales, dann Nucleon, dann Glethunter, dahinter galoppiert dann Delgado, in sechster Position, so geht es in den Bogen hinein, viel, viel geknubbelt, da ist Silver Spur, da ist dann auch Laguladon dabei gewesen, Lomicello und North Lodge verbessert die Position, Ransom of War ist letzter, hinter Baylamos und hinter Polish Power und es geht in die Gegend gerade hinein, es sind jetzt noch 1600 Meter und die Führung bei Palm Ridge, Palm Ridge hat das Kommando, dahinter ist Mosonjo aufgerückt, ist jetzt weiter, hinter Next Gina, dahinter Glethunter, an der Außenseite Nucleon, dann folgt New South Wales, an der Außenseite Delgado, dicht auf, dann folgt Silver Spur, an der Innenseite, Cenex ist dabei, die Fähne sind Mitte gegenüber, Palm Ridge hat das Kommando, Palm Ridge wird verfolgt, von Mosonjo, dahinter ist Glethunter, mit Next Gina an der Innenseite, dann Nucleon und dahinter galoppiert dann Delgado mit New South Wales, an der Innenseite Silver Spur, dann ist auch Akihito in neunter Position mit North Lodge, außen daneben, Stormtrooper dahinter mit Laguladon, so sind die Fähreausgangsgegenüber, letztes Bullish Power, hinter Cherub gemeinsam mit Baylamos, es geht in den Bogen hinein, Mosonjo drückt auf die Pace, mit Mosonjo mit Palm Ridge, Palm Ridge in den Mosonjo, dann Next Gina als Dritte, dann Glethunter, dann Silver Spur an der Innenseite vor, Delgado, dann rückt North Lodge, der gefällt mir sehr gut hier auf, dann ist aber auch Lomicelli dabei und dann kommt Laguladon an der Außenseite und Ransomovar kommt, Ransomovar macht Boden gut, Next Gina ist nach vorne gegangen, ich glaube ich träume, Next Gina, Next Gina ist an die Spitze gegangen, zu Beginn der Geraden, und an der Innenseite Stormtrooper, Stormtrooper mit Next Gina, Stormtrooper, Stormtrooper mit Next Gina, Stormtrooper und Next Gina im Kampf, dahinter Glethunter und außen kommt dann Ransomovar, Stormtrooper und Ransomovar wird immer stärker, Next Gina kommt jetzt nicht weiter, vorne ist Stormtrooper, aber außen kommt, außen kommt Daichin, Daichin wird gewinnen, Daichin ist der Derbysieger, Daichin gewinnt mit Olivier Pellier und zweiter wird Ransomovar und dritter Stormtrooper, dann Next Gina, dann Akihito, dann Delgado, dann Zenex, dann Glethunter, dann Bailamos, dann Cherub, dann Lomicelli, dann Monsonja, dann Silver Spur gegangen, zu Beginn der Geraden und an der Innenseite Stormtrooper, Stormtrooper mit Next Gina, Stormtrooper, Stormtrooper mit Next Gina, Stormtrooper und Next Gina im Kampf dahinter Glethunter und außen kommt dann Ransomovar, Stormtrooper und Ransomovar wird immer stärker, Next Gina kommt jetzt nicht weiter, vorne ist Stormtrooper, aber außen kommt, außen kommt Daichin, Daichin wird gewinnen, Daichin ist der Derbysieger, Daichin gewinnt mit Olivier Pellier und zweiter wird Ransomovar und dritter Stormtrooper, dann Next Gina, dann Akihito, dann Delgado, dann Zenex, dann Glethunter, dann Bailamos, dann Cherub, dann Lomicelli, dann Monsonja, dann Silver Spur.